Wir wollen mehr Demokratie wagen. Scheitert der Euro, scheitert Europa. Bremen 1, die Chronik. 8. Dezember 1955. Heute vor 65 Jahren wurde der Schauspieler Martin Semmelrogge geboren. Christian Erber. Diese Lache. Diese Stimme. Probe-Alarm. Einmalig in Deutschland. Klar, das ist schon die Marke Semmelrogge. Martin Semmelrogge, das Enfant Teribel unter Deutschlands Schauspielern. Geboren und aufgewachsen im Landkreis Göppingen in Baden-Württemberg. Schon als Junge mit klaren Vorstellungen vom Leben. Ich wollte Bauer werden, bin auf dem Land aufgewachsen und bin dann in die Stadt verschleppt worden, weil meine Eltern einen anderen Job gekriegt haben. Sein Vater ist der Schauspieler und Regisseur Willi Semmelrogge. Bekannt unter anderem in der Rolle als Assistent von Tatortkommissar Heinz Haferkamp. Das musste ja irgendwie abfärben. Dann hatte ich eine Chance mal was vorzusprechen und mein Vater hat dann erkannt, der hat Talent, der Junge. Und dann hat er mich voll unterstützt. Mit seinen leuchtend roten Haaren fällt Martin Semmelrogge schon als Jugendlicher auf dem Bildschirm auf. Zum Beispiel als Vatermörder in der Fernsehserie Der Kommissar. International bekannt wird er 1981. Seine markigen Sprüche als zweiter Wachoffizier in Wolfgang Petersens Kriegsdrama Das Boot haben Kultcharakter. Zum Beispiel als er Kriegsreporter Herbert Grönemeyer die Gefahren des Tauchens verdeutlicht. Irgendwann ist natürlich Schluss. Ist klar. Hält der Druck aber nicht mehr. Dann wird das Boot vom Wasserdruck zerquetscht. Das Boot wird für Semmelrogge zum Karrierebooster, der ihn kurzzeitig sogar nach Hollywood führt. In Schindlers Liste spielt er eine kleine Rolle als SS-Offizier. Doch auf den Aufstieg folgt ein ebenso rasanter Abstieg. Achterbahn, da bin ich in meinem Leben schon genug gefahren. Zitiert Semmelrogge den Titel seiner Autobiografie, das Leben ist eine Achterbahn. Es ist nicht schwer in Deutschland mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Außer man ist ein totaler Schleimer und so einer, der immer was auf der Spur geht. Semmelrogge, der sich gerne als Anarchist bezeichnet, steht in den 1990er Jahren mehr als zwei Dutzend Mal vor Gericht. Wegen Drogendelikten, Diebstahls und Trunkenheit am Steuer. Weil er wiederholt ohne Führerschein erwischt wird, muss er sogar zwei Jahre in den Knast. Seiner Karriere als Schauspieler, Hörbuch und Synchronsprecher schadet das nicht. Sein Lebensmittelpunkt ist Mallorca. Mein Haus, meine Leasingraten, die kann ich mit meiner Stimme zahlen. Statt Whisky kommt heute Gesundes in die Tasse. Frischen Tee mit frischem Honig, liebe ich wirklich. Vor allem grünen Tee mit ein bisschen Zitrone drin und so. Oder Earl Grey, schön englisch, tea time. Und statt mit der Harley über die Baleareninsel zu brettern, geht Semmelrogge gerne joggen und hält sich mit Krafttraining fit. Ganz nach dem Motto. Life is too short and too precious to waste time, sage ich immer. Geboren wurde Martin Semmelrogge heute, vor genau 65 Jahren. Bremen 1, die Chronik. Jederzeit auch in der ARD Audiothek App.